Gut gemacht. Jetzt sollte ich mich in den hässlichen kleinen Schnüffelcomputer des SERS streamen können. Geh in den Keller und hack den Filament Admin Terminal. In den Sicherheitssystemen des Gebäudes ist ein Eindringling. Ich kann... Sorry, Kanal wird gehackt. Ich habe die Sicherheitssysteme des Gebäudes übernommen. Aber ich würde das gerne ohne Gewalt beenden, wenn ihr vernünftig seid. Oh, nicht zuhören. Zero Day hat die Sicherheitssysteme des Parlaments übernommen, kurz vor den Bombenanschlägen. So gehen die immer vor. Was redest du da? Ich will, dass DedSec verschwindet, aber es muss niemand mehr sterben. Ihr habt euch als äußerst talentiert erwiesen. Ich könnte eure Fähigkeiten gebrauchen. Schließt euch mir an. Ihr könnt aus eurem Leben immer noch etwas machen. Zero Day beitreten? Das ist lächerlich. Auf keinen Fall. Zero Day? Nein, ich meine den SERS. Ihr habt im Prinzip sowieso schon für mich gearbeitet und außerdem haben wir viel gemeinsam. Wir setzen beide Gewalt und Manipulation ein, um London besser zu machen. Der einzige Unterschied ist, dass ich weiß, wie ich London haben möchte. Stark und stabil. Vereint. Sicher. Das ist mir wichtig. Und dir? Keine Leute hochzujagen steht ganz oben auf der Liste. Gut. Wenn wir uns gegenseitig nicht überzeugen können, dann müssen wir uns wohl umbringen. Was will die denn jetzt hier? Jetzt kann ich übrigens den Aufzug nehmen, den ich gerade nicht nehmen konnte. Wie wäre es, wenn die mal weggeht? Wir sorgen für die Sicherheit, wo es notwendig ist. Warte, wieso hat der einen Schlüssel? Den haben wir doch schon, oder? Warte, 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 warte. Oh, Junge, du siehst mich nicht. Oh, dieses Spiel. Weitere Mal. Ich wollte gerade sagen, hier müssen wir ja weiter schleichen, aber hier ist einfach niemand. Er hat gesehen, nicht gut. Oh, und anscheinend hat Malik die Mikrowellen-Drohnen losgeschickt. Wie bitte? Mikrowellen-Drohnen. Eine von Filaments hochmodernen Gegenmaßnahmen. Sie setzen kleine Mikrowellen-Kanonen ein, um kompromittierte Hardware einzeln zerstören zu können. Eine Art Chemotherapie für Computer. Der Serverraum verriegelt sich automatisch, während sie im Einsatz sind. Leute, Ideen? Kapere eine der Mikrowellen-Drohnen und schieße mit ihr die anderen ab. Alter, wie soll ich? Okay, das war... Gut, hier kann ich ja natürlich nicht durchschießen, ne? Moment. Ich kann da nicht durchschießen. Wie genau soll ich... Also... Wie genau soll ich das jetzt machen? Ist hier irgendwo ein Loch? Wo ich durch kann? Äh, okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Konzentriere mich gerade ein bisschen in den Chat Ach du Kage Ich dachte, die kommt jetzt auf mich zu. So wie die? Oder der? So wie die? 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 Wir können auch einfach noch langsamer laufen. Das ist dein Ernst. Könntest du etwas gegen diese Drohne unternehmen? Dezente Hinweise ziehen bei ihr nicht. Welche Drohne? Ja. So wie die? So wie die? Jetzt haben wir hier wieder so eine Drohnengeschichte, Chat. Könntest du diese Drohne runterschießen? Ich habe sie höflich gebeten zu verschwinden, aber Assi spreche ich wohl nicht. Lauf mal ein bisschen schneller vielleicht. Sieh sich das einer an. Eine Reihe von Besitzbelägen über 40 Kilogramm Samtex. Wandert ungefähr durch ein Dutzend Stromfirmen, aber ganz am Ende steht eine Adresse in Southall. Und wer hat 30 Jahre lang genau auf der anderen Straßenseite gewohnt? Viktoria und Imran Malek. Ändert meines Gewissen Richard. Das beweist gar nichts. Ah! Verpiss dich, du nerviges Scheißding. Nein, ich bin nicht dein Daddy. Ah, okay. Oh! Diese Mikrowellen-Drohne entwickelt sich zu einem echten Problem. Berkeley, du bist genauso eine Mikrowellen-Drohne. Bitte halte diese Mikrowellen-Drohne auf. Oh, das ist herzerwärmend und belastend. Anscheinend wurde beim Canada House das Gebiet direkt bei den Bomben in einer ungeplanten Übung evakuiert. Ich habe einen Mail-Verlauf zwischen der Facility Managerin und einem anonymen SIRS-Account. Komisch, dass darüber nicht berichtet wurde. Du willst mir zur Last legen, dass ich Opfer vermeiden wollte? So um die Ecke kann doch nicht mal ich denken. Schau mal, da ist der unredigierte Missionsgericht für zwei SIRS-Agenten, die Sprechstoffe an der Zeit einer Übung platzieren sollte. Und unterschrieben ist er vom Innenminister höchstpersönlich. Ein schlechter Tag, um Minister zu sein. Ich habe keine Munition mehr. Gut. Bitte halte diese Mikrowellen-Drohne auf. Wie spannend. Wusstest du, dass der Sicherheitschef des Canada House eine Tochter hat? Wusstest du, dass der Sicherheitschef des Canada House eine Tochter hat? Die in Kairo im Gefängnis saß und dass sie eine Woche vor der Explosion begnadigt wurde? Na, da würde er dem SRS-Officer, der die Ägypter unter Druck gesetzt hat, doch sicher einen unheimlich großen Gefallen schulden, oder? Das würde er wohl. Anscheinend hat Merik aufgegeben, die Mikrowellen-Drohnen kompromittierter Hardware zerstören zu lassen. Jetzt lässt er dich ins Visier nehmen. Das Ergebnis ist ungefähr dasselbe. Nicht so eine Kack-Drohnen-Kacke. Äh... Was haben wir denn hier? Direkt von deinem eigenen Laptop, Malik. Akten zu all den kleinen Nebengeschäften, die du betrieben hast. Mal ehrlich, das hättest du auch gleich Bösebombenverschwörung.dog nennen können. Das reicht. Das kannst du nicht machen. Das darfst du nicht tun. Ich erlaube es nicht. Unabhängige Stromversorgung wurde wiederhergestellt. Kehre zum Zentralkern zurück, um den Zyklus abzuschließen. Gute Arbeit, Bagley. Schnappen wir uns den Penner. Aber mit Vergnügen. Weiß spielen jetzt noch mal. So, im Glück kommen die nicht die Tür auf. Oh! Filament-Integration abgeschlossen. Und anscheinend konnte Malik seine Spur noch nicht verwischen. Ich glaube, ich kann seine Position zurückverfolgen. Leg los. Okay, dann suchen wir mal. Zu alt. Zu jung. Zu hässlich. Zu weiblich. Ah, da ist er. Hallo Malik, deine Verbindung ist weg. Kommt es mir nur so vor oder hat er Verstopfung? Klar, was wäre ein Aktentaschenpenner ohne Aktentasche? Na sowas, da hat jemand die Tür zugesperrt. Keine Sorge, das wird unmöglich für... Oh nein, hat es doch. Hey, was zur Hölle, Mann! Das ist dein Problem, oder? Versucht er ernsthaft mit einem Auto zu entkommen? Einem Auto, das mit dem stadtweiten Überwachungsnetzwerk verbunden ist, das ich kontrolliere. Autopilot aktiviert. Fuck. Fuck! Hallo nochmal. Schon lustig. Trotz all deiner Entlegen scheinst du unter Druck zu versagen. Fuck! 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 Fick dich, du verfickte Fickfresse! Nette Menschen hier in London. Was jetzt? Danke, Julia! Ich habe das Malik-Dossier zu jeder Nachrichtenredaktion von der GBB bis zum Mitteilungsblättchen der Waliser Schafzüchter geschickt. Es wird sicher eine Zeit dauern, aber das sollte Deadsex Namen reinwaschen. Zumindest in dieser Sache. Und Malik? Der hat sich dummerweise in ein selbstfahrendes Auto gesetzt, das mir einen Gefallen schuldet. Es bringt ihn zu einem sicheren Ort. Gibt's einen Grund, warum wir das scheiße Auto nicht einfach im Fluss versenken? Das würde ich lieben gerne tun. Aber er könnte Teil von Zero Day sein. Keine Ahnung, wie das alles zusammenhängt. Aber wir müssen es rausfinden. Hörst du, Malik? Diesmal kannst du uns echt helfen. Verdammte Scheiße, du irrer Roboter! Halt an! Dummes Werkzeug des Systems! Äh... Okay, hier Sprengstoffübergabe-Protokoll. Okay, wir haben jetzt alle Infos. Malik ist im Versteck in Gewahrsam. Okay. Da wir ihn jetzt haben, sollten wir mit ihm reden. Und rausfinden, was er über Zero Day weiß. Nur... Komm ihm nicht zu nahe, okay? Solange er lebt, ist er eine Gefahr. Und zurück ins Versteck. Okay, aber das ist, glaube ich, jetzt die letzte Mission. Hey, guck mal, bei der GBB reden Sie über unseren Freund Malik. Lass mal sehen. Andere Dokumente im Malik-Dossier, die von der Organisation DeadSec veröffentlicht wurden. Offiziell bestreitet der Sirs die Richtigkeit dieser Dokumente. Obwohl Quellen innerhalb der Organisation behaupten, dass Richard Malik selbst aus dem Land geflohen ist, was als beispielloses und erniedrigendes Datenleck beschrieben wurde. Da mehr vom Dossier unabhängig verifiziert wird, spekulieren Antiterrorexperten, dass die Anschläge Anfang des Jahres fälschlicherweise DeadSec zugeschrieben worden sein könnten. Oha! Könnte das etwa fälschlicherweise DeadSec zugeschrieben worden sein? Wäre das eine Möglichkeit? Es ist schon dreiviertel sechs, oh Gott. Aber das machen wir jetzt noch fertig. Es ist ja, denn es wird jetzt wieder so eine 12-Stunden-Aktion. Okay, Richard, keine Lügen mehr. Wir wissen von den Anschlägen, beim Canada-Haus, aber auch die davor. Also rede. Die Anschläge damals? Was soll das? Oh Gott, ich wurde von Idioten geschnappt. Ich war das nicht. Ich wollte diese Anschläge verhindern. Ich bin Patriot. Und sie nannten mich ein Spinner. Sogar Emma. Da wusste ich, dass Informationen nicht ausreichen. Um das Empire zu retten, bräuchte ich Macht. Und zwar schnell. Du wusstest von Zero Day noch, bevor du uns kontaktiert hast. Ich bin Spion. Ja, ich wusste ein bisschen, was über den größten Terroranschlag der letzten Jahre. Und ich dachte wirklich, dass ihr Zero Day seid. Es erschien einleuchtend. Aber wenn es eine Verschwörung geben muss, Albion hätte am meisten profitiert. Ist euch das nicht klar? Selbst wenn du die Wahrheit sagst, du hast Schreckliches getan. Hier kannst du niemandem mehr wehtun. Lange bleibe ich hier nicht. Diese Wende wird es schon bald ebenso wenig geben wie euch. Eure kleine radikale Kooperative wird versagen, so wie sie es alle tun. Ich habe das schon so oft erlebt. Ihr werdet euch gegenseitig zerfleischen. Da braucht es nicht mal Zero Day, Albion oder sonst wen. Eine einzige einheitliche Ideologie. Ein einziger starker Anführer. Das waren in der Geschichte immer die Merkmale von Macht. Demokratie und Pluralismus sind nur Anomalien. Kleine Ausrutscher. Genau wie ihr, Dead Sec. Eine Fußnote in der Geschichte des Empires. Aber jetzt wendet sich das Blatt. Und ihr seid für die Zukunft einfach nicht bereit. Oh, was sagst du das? Ja, das war echt was geil. Ja, ja, sie war echt huckig. Nein, nein, das ist nicht so weg. Vielleicht so um elf. Das ist noch woanders. Das ist noch woanders. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich war überrascht, wie schnell die Mission jetzt doch vorbei war, weil die letzte Teilaufgabe war ja wirklich nur noch mit ihm zu reden Und dann habe ich nochmal geguckt und die Mission jetzt, also dieses Kapitel, das Kelly-Missions-Kapitel hat glaube ich vier unter Missionen Danach das Kapitel hat glaube ich, ich kann es immer nur vermuten anhand der Missionstitel, glaube ich auch vier unter Missionen und dann das letzte Kapitel hat drei Ähm, ja Also So viel ist es nicht mehr Ich würde sagen, wir fahren mal dorthin, wo dann die Mission ist Gucken uns das schon mal an Wird es dann aber am Dienstag In Angriff nehmen Das ist inakzeptabel Fick dich, du verfickte Fickfretter Warte mal, die Whitechapel Station ist Sperrgebiet? Da sollte ich dort vielleicht keine Schnellreise hin machen, oder? Ja, also ich denke, wir schaffen das Spiel dann nächste Woche, es passieren wieder unvorhergesehene Dinge Ich glaube, ich würde sogar Also ich habe ja Dienstag und Mittwoch jetzt als Stream-Tage angesetzt Sollte uns Mittwoch am Ende des Streams irgendwie noch eine Mission fehlen Entweder ich ziehe das am Mittwoch noch durch, weil ich meine, ich habe die Woche jetzt ja noch frei Oder ich mache nochmal Donnerstag oder Freitag einen kurzen Zusatz-Stream Wo wir das dann beenden können Aber es wäre schon cool, wenn wir nächste Woche das Spiel fertig kriegen Das ist die Hauptstory Ähm Und wir uns dann ein neues Spiel aussuchen Das biegt doch nicht ab, wenn ich Gas gebe Wenn es danach geht, können wir Kann man in dem Spiel ja noch einige Nebenmissionen machen Und diese Bare Knuckle liegen Und sowas alles Aber Es hat sich ja von vornherein eigentlich nicht für den Stream angedacht Oder hier eben die ganzen Stadtteile in Aufruhr bringen Das... Weiß ich auch nicht, ob ich das im Stream noch mache Äh, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob ich das privat noch weiter... Was jetzt? Mach Platz nicht einfach rein! Hack den CTOS-Hub des Gebäudes und schau, was dich drinnen erwartet! Guter Plan! Ähm... Wie war es das? Ja... Ich gucke einfach mal, weil... Es kommt ja dann auch demnächst Assassin's Creed raus Ähm... Achso, das Ding, das können wir ja noch hacken Das können wir uns ja noch holen Ich bekomme Lust auf Schabernack Ich bekomme Lust auf Schabernack Das heißt, wir müssen diesen Fall lösen Und diese Menschen befreien Mal sehen, was ich noch finde Hä, das ist unsere Anwältin! Verstehe ich schon Nein, noch ist niemand hier Das hat ja auch was Gutes Der Champagner ist fast alle Und du weißt, wie gern die reichen Bastarde gratis Fussel saufen Hab mir den Scheiß abgebildet Ja, das Produkt ist verkaufsbereit, keine Sorge Nein, sie kommt nicht Zumindest nicht für diese Leute Das passt mir Sie ist der Boss und so, aber... Ganz genau Immer stressig, wenn sie da ist, weißt du? Und immer blutig Bis später Nein, aber... Nein! Oh nein! Ob so etwas war ich bisher noch nie Anders als erwartet Markiere hackbare und wichtige Objekte in der Umgebung Ich finde keine Kameras So richtig viel umgucken kann ich mich ja hier nicht Hä? Ach hier unten! Ach hier unten! Aufstehen! Und ganz langsam umdrehen Ich... Ich will das nicht tun! Bitte! Bewege schon deinen verdammten Arsch! Mann, ist das ja bärmlich! Diesen Waschlappen wird doch keiner kaufen! Die Käufer erwarten echte Qualitätsware! Also gut, bring ihn nach unten! Wir aktualisieren den Katalog und die Online-Infos Nein, nein! Tut mir leid, ich mache was ihr sagt! Bring mich nicht dahin! Halt bloß deine Fresse! Mann! Gut, dass das jetzt umgekippt ist Was zur Hölle? Dann schauen wir doch mal Die Chancen stehen gut, dass der Keller verschlossen ist Die Chancen stehen aber auch gut, dass einer dieser Schwachköpfe seinen Zugangscode irgendwo rumliegen gelassen hat Danke für den Kellerschlüssel, Schwachkopf! Sehr schön! Wieso müssen wir die belauschen, wenn wir schon jemanden drin haben? Ja, wirklich! Ähm... Uniformierter Zugang für Clan Kelly Na gut, Clan Kelly-Mitglied haben wir nicht Aber... Ich mache hier am Dienstag weiter Es ist um 6 Es ist um 6 Ich gehe trotzdem nicht als Albion rein Ich wechsle schon mal auf Mora Und wir das nicht vergessen am Dienstag Hallo, hallo! Der Zweck braucht deine Hilfe! Wird gemacht! Hä, was? Untersuche als Sklava Müssen wir wieder von vorne anfangen? Wenn wir das nicht schon... Ne, okay, wir müssen dann rein Gut Ich speichere hier